Kirche ist das, was es ohne sie nicht gäbe. Es gäbe keine Räume der großen Stille und des Innehaltens. Es gäbe keinen Raum, in dem Wörter wie Barmherzigkeit, Seligkeit und Gnade ihren Platz haben. Kirche ist fürwahr nicht der Himmel und die wenigsten ihrer Funktionäre sind Heilige. Kirche kann aber ein Ort sein, an dem der Himmel offen gehalten wird.